Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück zu Ready or Not. Wie man sieht, habe ich mich ein bisschen beim LAPD SWAT mit Klamotten eingedeckt. Entschuldigung, hier das Symbol. Keiner wissen natürlich, wie das LAPD SWAT Zeichen aussieht. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal eine Mission. Weil es im Moment leider echt schwierig ist. Ehm, einen Server zu finden mit anderen Spielen drauf. So, überhaupt einen Server zu finden. Mache ich das Ganze jetzt einfach mal mit der KI. Und spiele hier dieses Testlevel im Club. Ich habe hier natürlich auch meine 1911 dabei. Nicht zu vergessen, brauchen wir unbedingt. Und es gab ja das März-April-Update. Da gab es ein paar neue Waffen. Unter anderem einen Granatwerfer. Und ein, zwei neue Waffen. Ein paar Maps wurden geupdatet. Man kann jetzt Zivilisten auf den Arm nehmen und woanders hinbringen. Auch sehr gut, damit die nicht mehr in der Schusslinie sind. Und wie man sieht, spiele ich jetzt das Ganze hier mit dem Squad mit CS-Gas. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und schauen, ob wir das Ganze schaffen werden. Ich habe es einmal gespielt dieses Level. Und auch geschafft. Das andermal bin ich leider durch die Granate gestorben. Äh, gestorben. Wow. Scheiße, der hat einen anderen Typen gekillt? Scheiße, der hat einen anderen Typen gekillt. Äh, ja? Schliess die Tür! Fängt schon mal recht, äh, intens an. Wer hat jetzt hier die scheiss Tür geöffnet? Ich habe leider keine Wedges dabei. Ich glaube niemand von uns. Nope, schade. Wir stellen mal das rote Team hier ab und um mich zu covern. Holy shit. Den Typen habe ich gar nicht gesehen. Ihr seid so unnötig und unnütz. Okay, das reicht. Ich kaufe dich. Oder irgendjemand, der ihn hier... Hust dich. Sie haben auf! Sie sind auf! Damit Sie sind auf! Wo hat er seine Waffe? Ich muss aufpassen, eigentlich ist das schon ein bisschen zu... Was, wer soll die Gun droppen? Schießen jetzt hier die Tür und da kommt jetzt niemand mehr hinein hoffentlich. Ihr Coward hier und Red Team Fall in. Ich sichere jetzt hier mal die Waffen, da die anderen sonst irgendwo hinlaufen wo es sonst irgendwo Waffen gibt. Die vielleicht irgendwo im anderen Raum sind. Ich hoffe mal das schaffen wir heute. Okay. Okay, dann kick the door. Let's move. Let's not just stop it. Move it up. Let's stick away. Okay und mir ist clear. Hier sieht es auch clear aus. Da ist noch ein Knife dabei. Okay. Guns Team bitte. Wir gehen hier durch die Hintertür. Klaus Team Cover. Klaus Team Fall in. Kurz mal Muni Check. Alles im grünen Rahmen. Okay. Okay. Geschlossene Türen. Ich würde sagen wir gehen jetzt nach oben. Ich glaube unten ist sehr der grosse Bereich. Alter ich bin schon ganz rot. Oh Gott. Gar nicht gut. Stay on me. Copy that. Falling in. Cover me. Roger. On me. Oh shit. Get on the ground. Drop your weapon. Modify trailers. Civilian. Okay. Talk to Hagrid. Affirmative Entry Team. Okay. Unten habe ich Stimmen. Ohohoho. Junge. Talk to Elamate. Copy the Sands Team. Notified. Got kind at all. Kind at all indeed. Hang on D. Hang on D. Handz up. Do it now. Make him secure. Just don't fucking shoot. Got him all cut. Gotta one. Stay down. God. Yeah, yeah, tell him to the judge. Talk reporting. Hands up. I'll buck your hand. Junge. Junge. Ach ja. Okay blaues Team. Zu vorne. Hat er deine Waffe dabei? Nö. Blaues Team hier. Blaues Team hier. Rots Team voll in. Hier geht es rundtür. Äh Junge. Wo ist jetzt der andere hin? Wo ist der andere Typ hin? Kommen. 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 Test-Map man sieht. Funktioniert nicht ganz so gut. Geh hoch, los! Ja, bleib bitte hier, danke. Okay, Blouse-Team. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, shit! Alter! Okay, was hier brauchen sind Doorwetches, das geht gar nicht. Irgendein Team-Member muss Doorwetches mitnehmen. Woh-Woh-Woh-Woh-Woh-Woh. Schnitt von Woh-Woh-Woh.